Herr Präsident von Amerika, es ist ein, zwei, vier, zehn Präsidenten, doch ja, wirklich, wirklich wahr. Ja, was er gemacht hat im Leben, ja, so sollen die Leute in Amerika leben, ja. Ja, in Amerika ist da der Herr Präsident, der zeigt euch, ja, wie wir leben sollten, ja. So wie er es macht, ja, so in den kleinen Leben, ja, und keine Steuern zahlen, auch so, das ist ja auch wirklich, ja, so macht man es im Leben, ja. Ja, wenn dann eine Steuern zahlen soll, ja, tue ich allerdings verrechnen, ja, dann kommt nie X außer, ja, dann brauche ich ja nie X zahlen, auch so. So macht man es, Herr Präsident, Herr Präsident, Sie sind so gescheit, wirklich wahr, wirklich wahr, denn man hat das im Leben heute, alles ja verdient auch schon. Willst du reich werden, ja, 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 mach so, wie der Trump ist, ja, 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 wenn du magst, wie der Präsident Trump, ja, ja, dann bist du der nächste Präsident, doch ja. Ja, 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 so musst du es machen, so, genau wie der Präsident, doch ja.